Hi, ich bin Sandra. Ich bin Mitarbeiterin im Stadtbad Mitte, James Simon. Unser Stadtbad liegt zwischen der Tor- und Invalinenstraße und ist total gut mit S-Bahn, U-Bahn und auch Bus erreichbar. Wir haben ein 50 Meter Sportbecken mit drei Meter Tiefe und einen abgeflachten Nichtschwimmerbereich. Meistens sind die Bahnen unterteilt für Schnellschwimmer oder gemütliche Schwimmer und zusätzlich haben wir ein ausgeprägtes Kursangebot und geben unseren Gästen gerne Schwimmtipps. Im Nichtschwimmerbereich finden unsere beliebten Seepferdchenkurse, Anfingerschwimmkurse und auch Aquafitnesskurse statt. In unseren Sport- und Nebenräumen gibt es externe Angebote wie Tai-Chi, Yoga oder Massage. Wir haben hier ein historisches Bad mit besonderer Architektur. 1880 wurde hier der Grundstein für die erste Berliner Volksbadeanstalt inklusive Wannenbäder gelegt. Zwischen 1929 und 1930 wurde die Schwimmhalle zum Stadtbad im Stil des neuen Bauens unter dem Motto Licht, Luft und Sonne umgebaut. Hier erhielt das Bad sein wunderschönes, charakteristisches, lichtdurchflutetes Erscheinungsbild. Das Motto Licht, Luft und Sonne zieht sich durchs ganze Haus. Sogar an den Umkleiden fällt Tageslicht durch Deckenfenster. Also für mich ist es der tollste Arbeitsplatz ganz Berlins. Kommt doch einfach mal vorbei und schwimmt bei uns eine Runde. Wir freuen uns auf euch.